Die Überlieferung der dienenden, erkennenden Liebe Die Überlieferung der ewigen Bhakti begann gemäß dem Bhagavatam vor der Weltschöpfung, das heißt exakter ausgedrückt vor der ersten von mehr als 18.000 aufeinanderfolgenden Weltschöpfungen, die der Bildner dieses Weltensystems bereits vollführt hatte. Da ließ Bhagavan Krishna in seinem Aspekt als Narayana, der Herr der göttlichen Allmacht, seine Seinsweise als ewige Chit-Vibration, als Wort, Shabda Brahma oder Veda im Herzen des ersten Seherdichters, des Weltenbildners Brahma, aufleuchten. Auch vorher schon ist im Sinn der Shastras die Offenbarung desselben ewigen Wortes im Herzen anderer Weltenbildner bereits zahllose Male erfolgt. Der eine, von dem alle Wortoffenbarung ausgeht, wird in der allerersten Strophe des Bhagavatam folgendermaßen angerufen. Lasset uns tief über ihn nachdenken. Fußnote 244 So wie der Gayatri-Mantra klingt die erste Strophe des Bhagavatam in das Wort Dhimahi. Lasset uns Dhyana tun. Aus. Das Garuda-Purana sagt, das Bhagavat-Purana ist das Beste der Puranas. Das Bhagavatam wurde von Bhagavan selbst ausgesprochen. Es ist der Sinn und die Erklärung der Brahma-Sutras, die Aufhellung des Sinns des Mahabharata, die Erklärung des Gayatri-Mantra. Es enthält den Sinn und die Erklärung der Veden. Lasset uns tief über ihn nachdenken, von dem das Heraustreten uns, die Erhaltung und die Auflösung der Welten ausgeht. Auf den zugeordnet auch die dreifache Emanation der bedingten Wirklichkeit real ist, wie die Erscheinung von Erde, Wasser und Feuer. So wie es direkt und indirekt die Shastras beschreiben, den Höchsten, den Wahren, den Allwissenden, den aus sich selbst Leuchtenden, den einzig in sich selbst Gründenden, der durch sein eigenes Reich, Imadar, die Gaukelei der Maya ausschließt. Vor dem selbst die großen Weisen in Verwirrung geraten und der im Herzen des ersten Sehers und Dichters, das Shabda Brahma, das vedische Wort, offenbarte. Bhagavatam 1.1.1 Auf den ersten Blick scheint diese Strophe bloß auf den weltszugewandten Gott, den Urgrund aller Welten hinzuweisen, auf die Entfaltung der Materie im Sinn der theistischen Sankhya-Lehre. Doch die Worte vom Reiche, das die Gaukelei der Maya zurückweist, und die Verwirrung der großen Weisen vor der Lila, deuten auf eine viel tiefere Schicht hin. Eine der zahlreichen Erklärungen dieser Strophe durch Shiva Goswami im Sat-Sandarva gibt wohl die innerste esoterische Bedeutung. Da ist nicht mehr im Mindesten von dem weltzugewandten Gott die Rede. Von dem Welt entstehen und Weltauflösung ausgeht, sondern von dem in Erscheinung treten des ersten, des höchsten Rasa der Prima Bhakti, des Sringar Ras, des Rasa, der in seinem eigenen Wesen leuchtet und strahlt. In der zweiten Strophe des Bhagavatam wird schon offenkundig von dem gesprochen, wonach geforscht werden soll von dem, was immer und überall ist, vom Walten der Prima Bhakti, die kein sekundäres Motiv hat, nur die Freude Gottes sucht und die sogar den Unendlichen, den Unbesiegbaren zu binden vermag. Dreimal wird in dieser Strophe betont, hier, in diesem ursprünglichen vedischen Wort ist sie zu finden. Und ein viertes Mal noch deutlicher, in diesem Bhagavatam, dem von dem großen Muni Narayana selbst geformten und von Vyasa weiter entfalteten. Es heißt, wozu noch andere Shastras? Hier wird der Ishvara schnell im Herzen gebunden. Und dass es sich um eine zu Rasa gewordene Prima Bhakti handelt, erweist ganz unverhüllt die dritte Strophe des Werkes. Da ertönt der Ruf, trinkt diesen Rasa, trinkt immer wieder und wieder vom Rasameere Bhagavatam 1.1.3 Das ganze Bhagavatam ist in seinem Wesen nach Prima Bhakti, zu Wort gewordener Rasa, verwirklichtes, unmittelbares Gottsdienen, erklärt Krishna Chaitanya in einer mächtigen Unterweisung an den Guru Devananda, der es wagte, das Bhagavatam zu erklären, ohne selber Bhakti zu besitzen. Die Offenbarung des mit Gott eins seienden ewigen Wortes, das Rasa ist, bedeutet etwas so Gewaltiges, dass nach ihrem ursprünglichen Ausfluten drei Avatares Gottes notwendig sind, um die Offenbarung zu empfangen und weiterzutragen. 1. Der Guna-Avatara Brahma 2. Der lila Avatara Narada 3. Der Avatara Vyasa Der Sohn dieses Vyasa ist Shuka. Lasset uns ganz stark und ungeteilt über ihn nachdenken. Dimahi Der lauter, rein, ohne jede Beimengung von Maya, kramlos, todloser Nektar, wesenhaft wahr, ewig seiend und der Höchste ist, durch den aus Gnade in der Vorzeit vor der Schöpfung dieses Kosmos, dieses unvergängliche Wissenslicht, das Bhagavatam für den Brahma ausgesprochen wurde und dann von ihm in Gestalt Brahmas dem Narada gegeben wurde und von ihm in Gestalt Vyasas dem Yoga-Herrscher Shuka und dem von Gott Geliebten, in Klammer dem totgeweihten König Parikshit. Bhagavatam 12.13.19 Shuka ist kein Avatara, wie die drei, die ihm als Übermittler der Offenbarung des Bhagavatam vorangingen. Diese waren unmittelbar aus dem Wesen Gottes stammende Teilaspekte Bhagavans. Er ist ein Bhaktar. Neben anderen Rishis war er persönlich Zeuge vieler Lilas, Krishnas. Nachdem dieser aus Vrindavan nach Mathura gegangen war. Im Bhagavats Mahatmaya des Skandapuranam 3.63 spricht Uthava zu König Parikshit Zukunft verkündend. Ohne jeden Zweifel ist Bhagavan Rishis Shuka selbst. Nandanandana Krishna. Das heißt, er ist ganz von Krishna erfüllt. Es heißt, im Munde Shukhas wurde das Bhagavatam besonders süß. Und zwar durch die gesteigerte Ich-und-Du-Spannung zwischen Chit-Shakti und Chit, welche die Dramatik des Rasa innerhalb der Einheit des Absoluten noch stärker hervortreten lässt. Vergleiche Krishnas Worte. Das bedeutet, so wie Bhagavan der ewige Grund des Bhakta ist, so sind die Bhaktas der ewige Grund Bhagavans. So wie Brahma, Narada und Vyasa ist auch Shuka eine klar profilierte Gestalt. Von ihm wird berichtet, dass er von Geburt an im Bewusstsein der Einheit seines Atma und sein ganzes Wesen ist Atma mit dem all erfüllenden gestaltlosen Brahman lebte. Es wird erzählt, dass Shuka früh vom Hause fortging und als sein Vater Vyasa, der ihn suchte, ihn Sorgen trief, da antwortete es aus allen Bäumen, aus allen Dingen, von überall her. Bhagavatam 1.2.2 Es wird auch berichtet, dass die nackten Nymphen in einem Fluss, den der suchende Vater durchschritt, als sie Vyasa's ansichtig wurden, in Scham rasch ihre Kleider umwarfen, dass sie es aber nicht taten, als sie Shuka sahen. Denn dieser nahm den Unterschied zwischen Mann und Weib nicht mehr wahr. Bhagavatam 1.4.5 Wie konnte es kommen, dass Shuka, der sein Einssein mit dem weiselosen Brahman ständig erfahren hatte, doch ein Bhakta wurde und all seine dienende Liebe als Gesang dem gestalthaften Gott zuwandte? Diese Frage wird im Bhagavatam 1.7.9 gestellt. Auch das ist ein Teil des ewigen Spiels. Als Vyasa dem Shuka, seinem jüngsten Sohne, das Bhagavatam vortrug, dass er allein seinen anderen Schülern vorenthielt, wurde Shuka ganz erfüllt von der Herrlichkeit und Lieblichkeit der überweltlichen Eigenschaften Gottes, sodass er fortab sein ganzes Leben lang das Bhagavatam, die Berichte von Bhagavans Namen und Gestalten und Reichen und Lilas immer da durchdachte und jubelnd sang. Als Shuka, der ziellos und ursachlos durch die Welt schweifte, dann sieben Tage und sieben Nächte lang das gesamte Bhagavatam dem König Pariksit verkündete, der verflucht am Gangesufer saß und den Tod erwartete, sagte dieser, dass er, der doch seit sieben Tagen fastete und nicht einmal einen Tropfen Wasser zu sich genommen hatte, doch keinen Hunger und Durst fühle. Er trinke ja den Nektar, der von Shukas Lippen tropfte. In dienendem Hören, den Rasa trinkend, merkte Pariksit gar nicht, dass am Ende des siebten Tages dem Fluch zufolge die Schlange ihn biss, sodass sein Leibe im Nu zu Asche verbrannte. In Gestalt des Fluches war Krishna zu ihm gekommen. Das hatte Pariksit schon früher erkannt. Im Bhagavatam findet sich eine besondere Zueignung an Shuka. Sie wird ausgesprochen von dem weisen Suta, der nebst vielen anderen mit zuhören durfte, als Shuka dem Pariksit das Bhagavatam verkündete. Ich nehme Zuflucht bei dem Sohne Vyasas, bei Shuka dem Guru der Munis, der das geheime Puranam in Worten aussprach, aus Mitleid mit denen, die im Samsara umherirren, uns die Blindheit der Finsternis zu überschreiten begehren. Dieses Puranam hat eine unerhörte Kraft, die das Aufleuchten seines eigenen Gegenstands, Bhagavans, hervorruft. Es ist die eine und einzige Essenz aller Shrutis. Es macht offenbar das, was Shukas Herz ganz und gar ergriffen hat. Bhagavatam 1.2.3 Suta war es, der später die Überlieferung der Bhakti und der Lila weitergab, als er im Walde Naimi-Sharanya auf Bitten eines großen Kreises von Weisen, die ein langwieriges Opfer vollzogen, das Bhagavatam berichtete. So wurde die Überlieferung der gottschauenden und in Bhagavans Lila dienenden Gottesliebe von einer langen Reihe der Verkünder durch die Zeiten weitergetragen bis zu dem großen Gott geweihten Matavendra Puri und dessen Schüler Ishvara Puri und dessen Schüler Nimai, der dann als Krishna Chaitanya bekannt wurde und der aus Lila zu einem Guru ging, so wie Krishna einst einen Guru aufsuchte. Von Chaitanya erhielten dessen Jünger die wunderbare Kraft des Prima Bhakti, die im Bhagavatam zu Wort geworden ist. Die Handschrift des Bhagavatam, aus der sich Chaitanya zahllose Male von seinem Freund Gadathar vorlesen ließ, erwies sich nach dem Fortgang der beiden von deren Tränen ganz durchnässt. Sie war fast unleselich geworden. Eine solche Überlieferungsfolge wird, wie schon erwähnt, Sampradaya genannt. Dieses Sanskrit-Wort bedeutet unverfälscht, treu, Sam, weiter, Bra, geben, Daya. Weitergegeben wird jene Offenbarung, die einstmals von Gott selbst erteilt wurde und diejenigen, die in nie abreißender Reihe die Offenbarung weiterleiteten, sind große Meister, die nicht nur die treue Überlieferung der Wahrheit von ihrem Guru empfingen, sondern auch in ihrem eigenen Atmer immer wieder von Neuem die Erfahrung der ewigen Wahrheit gemacht haben. Fußnote 249 Eine Reihe anderer Bhakti-Strömungen, wie zum Beispiel diejenige von Ramanuja, Madhava, Vallabha, Acharya und so weiter, gehen gleich der Chaitanya-Bewegung von der mehrfach verzweigten Traditionsfolge aus, die im Bhagavatam niedergelegt ist und das Bhagavatam ist ihre aller zentrale Offenbarungsurkunde. Als ich im Frühjahr 1951 fünf Wochen lang in Benares weilte, saß ich allabendlich nach dem Bad im Ganges auf einer der vielen Treppenstufen, die von der Stadt zu dem Strome hinunter führten. Ringsum saßen viele Menschen, reiche Kaufleute, hohe Beamte, Hausfrauen mit ihren kleinen Kindern auf dem Schoß, Landstreicher, Bettler, Yogis und Prostituierte und wir alle lauschten, während ein alter Mann in unserer Mitte leise das Bhagavatam erklärte. Er war ein Schüler von Bhaktisiddhanta Saraswati, 1874 bis 1937, einem Guru der Chaitanya-Bewegung aus unserer Zeit. Einst war der Mann, der vor uns saß, ein berühmter Rechtsanwalt am obersten Gerichtshof von Kalkutta gewesen. Er war ein hochgebildeter Mann. Wenn wir später in einer ärmlichen Teestube der Altstadt zusammensaßen, liebte er es, Shakespeare zu zitieren. Einst hatte er allen Reichtum und alle Erfolge in der Welt satt bekommen und war ein schweifender Bettelmönch geworden. Als er da eines Tages gänzlich am Verhungern war, beschloss er, von der geliebtesten Stadt Benares Abschied zu nehmen. Noch einmal setzte er sich auf eine der Treppenstufen hoch über den Strome hin und versank in Sinnen über die Lila des Bhagavatam. Als er die Augen aufschlug, sah er verwundert, dass eine Menschenmenge rings um ihn saß, lauschend. Er musste wohl in seiner tiefen Versenkung in die Lila Bhagavans unabsichtlich vor sich hin gesprochen haben. Als er schwieg, beugten sich die Menschen ehrfürchtig vor ihm. Einige legten eine kleine Kupfermünze zu seinen Füßen auf den Stein. Er konnte seinen Hunger stillen. Seither pflegte dieser Bhaktar täglich am gleichen Ort, das Bhagavatam zu erklären. Er tut es nun wohl seit 40 Jahren. Wie ich hörte, tut er es noch immer. Er ist weit über 80 Jahre alt.